Relativ am Anfang konnte ich einfach eine Minute gar nicht mehr weinen, weil ich halt nicht so in dieser Rolle drinne war und musste mich halt erstmal wieder finden. Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schoemeyer, Paterapäut, Tidurumpsychologe, Beziehungscoach Hamburg-Berlin in der Nähe von München. Heute mal ein ganz anderes Thema. Es geht, ja, mal um Kuchen-TV. Also ich verfolge den schon länger und da gibt es gerade irgendwie einen regelrechten Skandal und ich habe überlegt, boah, also der hat so viel Drehung und ja, ich wollte es einfach mal unter dem Thema mal beleuchten, was so passiert, wenn das Ego so irgendwie komplett die Kontrolle übernimmt. Und es ist einfach so meine Meinung, wie ich das so sehe, ist einer der oder der größte Meinungsblogger auf YouTube in Deutschland. Und ja, Meinungen sind keine Tatsachen, aber ja, ich finde es einfach spannend, unter anderem auch, weil ich ihn eine Zeit lang echt auch irgendwie ganz gerne geguckt habe. Also ich folge ihn auch noch gar nicht so lange und fand es einfach ganz amüsant, auch wie er sich mit anderen auseinandersetzt. Hat natürlich auch starke Meinungen über andere, sage ich mal. Ja, und da hatte ich das irgendwann mal so verstanden, dass er, ja, dass mir vorgeworfen wird, dass er seine Freundin geschlagen hat, also häusliche Gewalt vor drei Jahren. Und gab es da auch irgendeinen Livestream von seiner Freundin, aber Fakt ist, dass dann, glaube ich, auch sogar von beiden gesagt worden ist von ihm auf jeden Fall, nein, hat es nie gegeben. Und, aber ist wohl so gewesen, dass Polizei ihn des Hauses verwiesen hat, aber es wurde halt dann immer gesagt, nein, es gab keine Gewalt. Weiß ich jetzt auch nicht, wissen wir nicht, aber nur mal so als für diejenigen, die ihn nicht kennen, aber für den ist es wahrscheinlich auch nicht so interessant, ähm, genau. Und, ähm, dann gibt es noch so einen anderen YouTube-Shooter, äh, ABK heißt der. Und die haben halt irgendwie so einen ständigen Schnapp-Schwanz-Vergleich, sage ich jetzt mal. Also, äh, wer ist der coolste und biefen sich da. Es ist so ein bisschen wie in einer Hip-Hop-Szene, da habe ich immer auch gerade dieses Bushido, echt eine coole Doku angeguckt, also immer dieses, äh, gegenseitig Dissen. Und dieser ABK hat dann halt, ähm, nochmal irgendwie so einen Livestream von einer Freundin rausgesucht, von vor drei Jahren. Und dann hat, äh, KuchenTV, äh, ja, es war noch gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen nachts ein Video hochgeladen, wo er eigentlich zehn Minuten rumholt und sagt, ja, er wird zugeben, ja, er hätte seine Frau geschlagen und, äh, ja, es wird ihm leidtun und bla bla bla. Und ich habe das so gesehen, ich habe so gedacht, hm, also wir werden nie mal was unterstellen, aber das, ich habe so gedacht, irgendwie, also, kommt bei mir nicht so an, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass es fake ist oder so, aber ich habe so gedacht, irgendwie, ich musste so denken, äh, habe ich auch in meinem Leben schon erlebt, Menschen, die auf Knopfdruck weinen können, dachte ich mir, hm, ist das so der Fall? Und, äh, keine Ahnung und, äh, habe das dann weiterverfolgt und dann kam, äh, gut, das war natürlich, äh, schon ein Riesenskandal, weil dann natürlich alle gesagt haben, auf Twitter und so, boah, KuchenTV, drei Jahre alle belogen und, äh, Freundinnen irgendwie auch mit reingezogen und ganz schlimm und dann kam noch ein Video, wo er mit seiner Freundin, weil ich habe schon gedacht, wieso macht das denn nicht mit seiner Freundin, so, okay, aber dann tauchte sie auch auf, hat dann gesagt, na, das wäre alles, alles, ist auch drei Jahre her und sie sollten sich auch in Ruhe lassen. Da dachte ich mir, ja, fair enough und er hat dann auch gesagt, er spendet 20.000 Euro an irgendeine Organisation, äh, rund um häusliche Gewalt, glaube ich, oder Frauenrechte, ich weiß es nicht. Und dann dachte ich mir, hm, okay. Und dann kam jetzt das, was wir uns gleich da vielleicht ein bisschen angucken, ähm, dass er dann ein Video gemacht hat, wo er gesagt hatte, nein, das war alles gar nicht so. Äh, ich habe meine Frau auch gar nicht geschlagen, sondern das war einfach nur ein YouTube-Prank, das war einfach ein Witz, äh, um zu zeigen, ähm, hier mein Erzfreund ABK, äh, das ist alles Schwachsinn und, äh, ich will zeigen, dass er, äh, dass es eben gar nicht um Frauenrechte geht, sondern nur darum, mich fertig zu machen immer, und da dachte ich mir, what the fuck? Und, ja, da haben wir jetzt vielleicht mal rein, wie gesagt, ist wahrscheinlich nur interessant für Menschen, die es auch kennen, aber ich fand es einfach so krass irgendwie, naja. Ach ja, und, äh, by the way, ich habe jetzt gerade die ABK-Szene und, äh, diese ganzen Twitter-Heuchler und so, äh, mir gehobst genommen. Ich habe jetzt gerade ein Video gedreht, wo ich einfach gesagt habe, so, heulend, jo, ich habe meine Freundin geschlagen, bla, 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 da stimmt alles. Äh, damit die darauf eingehen und, äh, ich will jetzt quasi zeigen, dass es denen halt nicht um Gewalt gegen Frauen geht, dass es denen halt egal, sondern, dass die einfach nur wieder ein Feindbild wollen, in diesem Fall halt mich und gegen mich vorgehen wollen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe richtig, richtig, richtig heftige Scheiße gebaut. Ja, aber jetzt kann man, es gibt zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht, also, weiß nicht, wenn es noch weitere gibt, weiß ich nicht, aber, äh, es gibt jetzt entweder die Möglichkeit, ähm, ähm, dass dieses Video jetzt fake ist und es hat wirklich die häusliche Gewalt gegeben und dass jetzt so ein Shitstorm, dass er jetzt wieder eine Rolle dreht und sagt, ha, 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 war alles so ein Spaß. Oder KuchenTV hat ernsthaft, äh, versucht Witze zu machen über häusliche Gewalt, indem er, äh, so tut, als wenn es diese häusliche Gewalt gegeben hat und wollte damit irgendwie seinen, äh, YouTube-Kollegen ABK hochnehmen und, äh, hat, also, es ist, es ist einfach so unfassbar. Und, äh, also, für mich hat so ganz viel zu tun mit dem Ego. Es ist auch keine Wertung, ich meine, wir alle haben Ego-Themen, aber ich meine, er hat einen extremen Erfolg, äh, ist auch, verdient unfassbar viel Geld auf YouTube und das kann er mir auch schnell mal ein bisschen zu Kopf steigen, sag ich mal. Äh, hatte ich schon ein paar Mal so gedacht, wo er über seine Einkünfte spricht und der doch sehr, ja, er ist jung, er sind 20 Jahre, aber das muss man erstmal alles verarbeiten. Und, äh, ich wollte so ein bisschen, für mich ist so ein bisschen ein Beispiel, was passiert, wenn man so abhebt, das Ego übernimmt und ich, ist nur noch ich, 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 ich und ich mach jetzt einen lustigen Scherz und ich, ich hab einen Beef und ich zeig's euch und, äh, und man überhaupt nicht merkt, dass man einfach völlig auf der falschen Spur ist, dass man einfach völlig unempathisch, äh, ja, sich scheinbar lustig macht über irgendwelche Szenen und man dreht sich nur um sich und, und auch kreiert ein permanentes Drama für Klicks, was ja sowieso ganz viel auf Social Media ist, also, das, äh, hab ich ja schon ein paar Mal gesagt bei seinen Inhalten, äh, waren, vieles fand ich auch wirklich nachvollziehbar und irgendwie auch, kann man so im Hintergrund mal laufen lassen, aber da hab ich schon mal gedacht, boah, sag mal, es macht ja immer Drama, 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 Drama oder, was ist da los irgendwie, weil ständig irgendein Beef und so und, aber das ist jetzt wirklich so eine Entkopplung, sag ich mal, ja, fällt mir einfach gar nichts mehr zu an, ne? Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch alle an mein emotionales Video, was ich Freitagnacht hochgeladen habe. Viele Leute hatten es bereits vermutet und ja, es stimmt tatsächlich, das Ganze war gestellt. Ich sollte euch vielleicht erstmal sagen, was mein eigentlicher Plan gewesen ist. Ich wollte tatsächlich der ABK-Bubble und dieser Twitter-Bubble, die mich nicht leiden kann, einfach eine Falle stellen. Denn man hat ja schon im Vorfeld gemerkt, dass es denen... So, er wollte jetzt eine Falle stellen, in dem er sich irgendwo lustig macht oder nutzt, irgendwie ein Video über häusliche Gewalt. Das ist einfach so crazy. Also, ich muss sagen, sowas crazy-mäßiges oder sowas abgedrehtes, hab ich persönlich echt noch nie gesehen auf YouTube. Also, ich bin einfach echt fassungslos. Ich bin einfach fassungslos. Also, wie kann man das machen? Und was man hier auch sieht, finde ich, dass es auch immer noch irgendwie lustig drauf ist und flockig und immer noch haha. Und mir persönlich, also es ist so meine Lebenserfahrung, Menschen, die so auf Knopfdruck weinen können, sind mir total suspekt. Wenn es nicht Schauspieler sind, die müssen das lernen, aber ich habe das auch schon im Zusammenhang, ich meine, ich kenne jetzt seine Situation da nicht, man hört ja nur, aber ich habe es persönlich erlebt im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen, dass Menschen auf Knopfdruck weinen können, das einsetzen. Und das ist mir schon immer total suspekt, aber gut, sie sagen jetzt, sie haben jetzt heute eine super Beziehung, aber mir geht es auch einfach darum, ich weiß nicht, einfach so eine absolute krasse Nummer auf YouTube abzuziehen, ist einfach so krass, ey. Vollkommen egal ist, ob ich Gina wirklich geschlagen habe oder nicht, sondern es ging ihnen nur darum, meinen Ruf kaputt zu machen. ABK hat ja in seinem Video zum Beispiel unzensiert vor 100.000... Ja, und die macht ja jetzt selber kaputt seinen Ruf und das ist immer das Problem, wenn man so im Ego-Move unterwegs ist und ich finde, das kann uns... Weiß nicht, könnte vielleicht nicht jedem genau das passieren, was er jetzt hier macht und wir lassen das Thema häusliche Gewalt, ob er jetzt stattgefunden hat oder nicht, wissen wir nicht, da sind wir aus und vor. Aber wenn man so komplett im Ego verschwindet, dann denkt man halt auch, man ist der Geilste, man kann einfach sich leisten, was man will. Und das kennen vielleicht auch Menschen, die mit Menschen zusammen sind, die gerade sehr im Ego sind und irgendwann überreizt man seinen Blatt und baut einfach komplette Scheiße. Kann man auch manchmal echt regelrecht darauf warten, dass sowas passiert und ich denke mir immer, boah, das ist auch so wichtig, dass man auf dem Boden bleibt, gerade wenn man Erfolg hat, ey, das ist... So, zack ist er jetzt schon wieder, obwohl er gerade irgendwie seine Freundin irgendwie auch wieder lächerlich gemacht hat mit diesem Prank, wenn es überhaupt einer war, also wie gesagt, vielleicht hat er es auch gerade zugegeben, diese Gewalt und dreht sich jetzt wieder rückwärts und äh, es ist einfach unfassbar, ähm, und aber schon ist er wieder bei Sicht und seinem Spannstaggleich mit ABK und also das kann ja echt nicht wahr sein, das ist da los, ey. Da ist das Ganze dann viel, viel größer geworden, als ich gedacht habe und um ehrlich zu sein, wusste ich auch wirklich einfach nicht mehr weiter. Das erste Video hat nach... Was ich da auch so spannend finde, dass da immer noch so flockig drauf ist und was ich auch schon zwischendurch in Videos gedacht habe, wo ist da jetzt irgendeine Einsicht, äh, weiß ich nicht, ist schon wieder oben auf und, äh, also ich erlebe ihn so als oben auf, bevor er ganz was anderes sagt, so. Einem Tag einfach eine Million Aufrufe gehabt, ABK hat bis heute gar nicht darauf reagiert und auf Twitter war am... Ja, sein Kumpel mit einem Schwanzvergleich reagiert nicht drauf, das ist jetzt eines der wichtigsten Themen, ne, und das ist halt auch so eine Ego-Geschichte, immer dieses Messen, Messen, Gewinnen, Verlieren, noch mehr aufhäufen, ja, ist es nicht, ist es wirklich ein sehr toxischer Weg, kann man glaube ich sagen, ja. Am Freitag in den Trends der Hashtag Frauenschläger, KuchenTV, Gina und Lügner, was allesamt mit mir zu tun hatte. Und ja, jemand, der die ganze Zeit andere dafür kritisiert, wie schlecht sie sich im Internet benehmen, hätte eigentlich checken müssen, dass sich so im Internet hinzustellen, eigentlich das Dümmste ist, was man macht. Ja, das ist was krass, das ist wirklich, da komme ich gar nicht drauf gleich, der macht eigentlich nur Reaction-Videos, nimmt in einer Tour andere Leute auseinander, wieso sie das sagen, wieso das sagen und das stimmt ja alles gar nicht und zieht dann so ein wirkliches Saltormortale, kann man das nur nennen, durch und es ist einfach unfucking fassbar, also das ist es, also das ist wirklich so ein blinder Fleck irgendwie und krass, also das ist unfassbar. ...machen kann. Gina hat dann am Freitag bei Instagram das Statement hier gepostet, weil selbst sie von Hate-Nachrichten bombardiert worden ist. Leute haben sie beleidigt, haben mich beleidigt, haben sogar unseren Sohn beleidigt und wir wollten sie damit... Ja, am besten schuld ist das jetzt, das ist echt einzig und allein, ich meine, das ist natürlich die Schuld der Leute, die das machen, niemand, es ist halt auch so ein Problem, dass, ich habe mir auch diese Kommentare unter seinen Videos durchgelesen, das habe ich früher nie so gemacht, also unheimlich viel Frauenhass, das ist einfach krass irgendwie, also es ist wirklich krass, also es ist... Und klar, also ich, also meine Arbeit ist natürlich, dass wir in 5D-Beziehungen kommen, kein Gewalt gegen Frauen, keine Gewalt gegen Männer und in schöne Beziehungen kommen, was man da sieht, da denkt man, boah, das ist echt doch verdammt, weiter wehe ich irgendwie und ach, es ist einfach, es ist einfach unfassbar. Und klar, also ich finde das, wie die Leute gerade so abgehen, vielleicht auch wegen, ich weiß nicht, ob es mit Corona auch zu tun hat, dass alle total aggressiv sind und dann wird auf alle rumgehatet, geht natürlich gar nicht, aber er hat es ausgelöst hier, ne, und... Quasi einfach aus der Schussbahn nehmen, um zu sagen, ey, das Thema ist für sie beendet, lasst sie bitte einfach in Ruhe. Wir haben am Freitagabend dann sogar noch einen Livestream zusammen gemacht, wo wir auch nochmal auf die ganze Thematik so eingegangen sind, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, ey, ich kann das jetzt nicht veröffentlichen, so, das glaubt mir halt absolut niemand, nachdem das jetzt so eskaliert ist und ich das Ganze quasi damit deeskalieren wollte, dass man quasi nochmal so einen Talk mit Gina macht. Ginas Instagram-Account wurde dann sogar gesperrt, weil massenhaft Leute sie als Fake-Profil gemeldet haben. Sie hat ihr Profil jetzt zwar wieder, aber der Hate selbst gegen das Opfer war so groß, dass sie einfach für eine gewisse Zeit ihr Instagram-Profil verloren hat. Wir haben ja dann am Samstag noch ein Statement-Video hochgeladen und das war eigentlich auch gar nicht geplant, das zu machen, aber ich wusste einfach nicht mehr weiter. Gina hatte eine Party übernommen, da ich gehofft habe, dass ich wenigstens sie aus der Schusslinie rausnehmen kann. Außerdem habe ich mich da halt nochmal so entschuldigt, in der Hoffnung, dass das Thema ein bisschen abschwächt wenigstens und ich habe auch gemerkt, ich bin wirklich sehr respektlos mit einem sehr wichtigen Thema umgegangen und wollte deswegen auch nochmal zu diesem Thema Information raushauen. Deswegen geht ja so ein Dritt... Ja, er sagt es jetzt und es aber trotzdem wirkt auf mich immer die ganze Zeit Mego im Ego oben auf, gar nicht geknickt, obwohl er seine Frau gerade in den größten Scheiß der Welt reingerissen hat irgendwie. Ich raffe es echt nicht. Ich raffe es echt nicht. Also es ist so krass. ... Drittel des Videos oder so grundsätzlich um häusliche Gewalt. Das Ganze ist halt einfach komplett eskaliert, weil es überhaupt nicht durchdacht gewesen ist. Ich war einfach absolut dumm und Real Talk. Ich wusste einfach nicht mehr weiter, was jetzt. Ja, und das freut mich immer. Der Typ ist, glaube ich, acht Jahre auf YouTube mindestens. Wie gesagt, unfassbar viele Views, Klicks. Ich weiß genau, wie man Klicks generiert, wie man Reichweite gewinnt, wie man polarisiert und damit noch größer wird. Und ja, also wieso man das... Ich weiß nicht, wie man das glauben kann, dass jemand... Es ist einfach so unfassbar. Der richtige Move ist, um da irgendwie wieder rauszukommen. Ich habe sogar mit einigen größeren YouTubern und so weiter darüber geschrieben. Und abgesehen davon, dass die sich alle einig waren, dass ich halt dumm wie sonst was bin, wusste keiner, wie ich da wieder rauskommen soll. Ich hatte das halt erst kurz vorher geplant, weil es mich genervt hat, dass ich für diese Leute zu 100% der Täter gewesen bin, ohne dass sie irgendwelche Belege, Beweise oder sonst irgendwas gehabt haben. Und das nicht, weil Gina ihnen leidgetan hat, sondern nur, weil sie mich gerne als Feindbild sehen wollten. Ja, schon ist er wieder bei sich. Ich, 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 ich. Ich habe ja am Donnerstag, beziehungsweise Freitag, bevor ich dieses Video hochgeladen habe, sogar bis 0 Uhr einfach ganz normal gestreamt, Spaß gehabt, habe Freude gehabt, bis ich mir dann während dem Stream so überlegt habe, Alter, jetzt machst du dieses Video. Ich hatte ja unter dem ersten Video auch hier diesen Kommentar geschrieben, wo ich halt so meinte, ey, ich habe mir das jetzt länger überlegt. War halt einfach nicht so. Ich wollte das damit nur rechtfertigen, weil so ein Video von KuchenTV natürlich niemand erwarten würde. Am Anfang habe ich euch ja schon die Memo gezeigt, aber auch das Heulen war halt einfach nicht echt. Denn was ihr in der Aufnahme nicht gesehen habt, relativ am Anfang konnte ich einfach eine Minute gar nicht mehr weinen, weil ich halt nicht so in dieser Rolle drinne war und musste mich halt erstmal wieder finden. Denn das glauben mir jetzt vielleicht einige nicht, aber ich kann tatsächlich gespielt heulen, zumindest wenn ich alleine bin, meine Ruhe habe, wirklich für mich bin. Ich habe das mal hier zu Hause gemacht. Ich weiß, dass mir das die meisten sowieso nicht glauben und ich weiß auch, dass ich mit dem Video den nächsten Shitstorm bekomme. Aber ich wollte hier einfach die Wahrheit sprechen und es tut mir wirklich unnormal leid, wie ich so ein wichtiges Thema für meine Angriffe ausnutzen wollte. Ich glaube, niemand auf YouTube hat... Ja, ich meine, der kann jetzt... Das ist immer das Problem, wenn man... Ich meine, der hat ja jetzt eigentlich in einer Tour gelogen, man weiß noch nicht genau, wobei ich jetzt irgendwie... Und das ist auch dann egal. Da kann jemand auch tausendmal sagen, es tut mir leid, es ist einfach... Ja, immer noch schlimm so, ne? Es ist einfach immer noch ganz viel Lüge und da kannst du tausendmal sagen, es tut mir leid, das glaubt einem sowieso keiner mehr dann, ne? Hat so einen dummen Move gebracht wie ich. Nicht mal Miguel Pablo. Ich möchte dem Thema jetzt auf jeden Fall grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit schenken, weil es mir halt wirklich leid tut und ich da richtig Scheiße gebaut habe. Ich werde zu dem Thema noch zwei Videos drehen, wo auch andere Leute involviert sind und ich werde noch einen Charity-Livestream machen. Denn ich kann halt nichts machen, es tut mir einfach leid. Das war halt Real Talk, der größte Fehler meiner Karriere. Zumindest bis jetzt, wer weiß, was noch kommt. Ich habe ja, bevor ich das Video gemacht habe, auf KuchenTV Uncut die ganze Zeit solche Aussagen hier gebracht. So, mir ist es egal, ob ich für euch ein Frauenschläger bin oder nicht. So, es juckt mich halt einfach nicht. Und weder mich noch Gina juckt das halt heute noch. Ob ich jetzt schuldig bin oder nicht, Digga. So, okay, von mir aus gut, da habe ich Gina geschlagen. So, sage ich jetzt einfach so, dann bin ich jetzt für euch der Frauenschläger. Dann ist das Thema doch abgehakt oder nicht? So, und ich, Gina und unser Sohn können jetzt in eine glückliche Zukunft gucken. Ihr lasst uns einfach in Ruhe und dann ist doch alles gut oder nicht? Cool, so. Wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, dann schreibt einfach mal. Ach, Digga, Junge, ich weiß nicht, Digga. Ich kann... Ja, er holt ja das Thema immer wieder hoch und das ist halt, ich weiß nicht, ob er so ein Drama-Addict ist. Er ist einfach immer wieder Drama, 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 Drama. Ich habe keine Ahnung. Heute drüber lachen, man. Es ist halt einfach cringe, aber ich kann einfach drüber lachen, weil... Ja, sehr schön. Siehst, oder? Okay, jetzt geh raus und es knallt. Hab ich selber gemacht. Ja. Die sexuell belastet. Schon wieder schön. Weil das Thema... Ja, das war... Wurde er halt auch für kritisiert für diese Sache auf Instagram, ne? Dass er dann sagt, ha, geh raus und es knallt. Oh, Alter, Alter. Erinnert mich an so einen... Äh, von Justin Bieber. Irgendeinen Instagram-Stream, den es gibt. Äh, der wirkt... Da schickt er auch seine Frau irgendwie so raus und... Oh, wirkt nicht gut. ...für uns beide einfach komplett abgeschlossen ist. Weder mich noch Gina belastet das in irgendeiner Form, weil das erst mal schon mega lange her ist und zweitens halt einfach ein geschlossener Fall ist. Das gleiche hab ich ja schon mal bei der ABK-Pedo-Sache versucht und da bin ich auch einfach mega auf den Kopf mitgefallen. Damals war ich wenigstens klug genug, dass dieses Interview auch tatsächlich als Fake gezeigt werden konnte. In der Aufnahme von diesem Heul-Video hab ich einfach kein Part drin, wo ich irgendwie mal sage, ja, ich heul jetzt gestellt, weil ich halt einfach in meine Rolle kommen wollte, dann Aufnahme gedrückt habe und dann wieder die Aufnahme beendet habe. Und es ist so... Es ist so grenzdebil dumm, wirklich. Was mich allerdings tatsächlich stört, ist die Doppelmoral und die Hetze von einigen Leuten, die da Videos über mich gemacht haben, die auch teilweise Gina richtig unnötig mit reingezogen haben. Aber was gab es denn für negative Beispiele? Ja, jetzt ist er wieder bei sich, bei seinen Schwanzvergleichen mit seinen Leuten, gegen die er da Krieg führt und... Ach, es ist einfach... Irgendwie disgusting, weiß ich auch nicht. Ich verstehe es gar nicht. Ich finde das eigentlich echt jemand, der wirkt wirklich sympathisch und erst mal so, also wie gesagt, ich kannte diese ganzen Hintergründe gar nicht. Und dann kommt da sowas raus und wie gesagt, selbst wenn man davon ausgehen, nein, er hat sich seine Frau nie angefasst. Wo man natürlich... Aber... Selbst wenn... Völlig unsensibel, keine Empathie, kein Mitgefühl, dreht sich nur um sich und nur mit seinem... Ja... Alle kämpfen gegen mich, Doppelmoral, obwohl er das selber gerade bis zum Exzess demonstriert hier. Es ist einfach... Ich bin einfach fassungslos. Aber interessante Geschichte. Vielleicht hat es euch auch interessiert. Ich denke, guckt euch das Video mal weiter an, wenn ihr wollt. Also vielmehr... Ich denke, das Wesentliche habe ich jetzt hier auch gesagt. Und es ist einfach ein völlig absurder Fall. Ja, kommt mir mal schreiben, was ihr dazu denkt oder ob ich noch öfter mal so Reactions machen soll, die auch mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgehen. Und ja, wir wollen es bald ja sehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020